Jo Leute, was geht ab? Ich bin Samuel, wieder auf mein Kanal. Heute mache ich neue wöchentliche Aufträge, Woche 2, zweiter Auftrag und zwar Vögel gegen den Schaden mit schallgedämpften Waffen zu 1000 Schaden, 24.000 XP. Erste Phase, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. So Leute, ich habe hier eine schallgedämpfte Pistole und damit versuche ich erstmal Gegner Schaden zuzufügen. Und hier oben ist schon einer und ich gebe ihnen ordentlich Schaden und ihr seht, es wird gezählt, wir haben jetzt schon 462 Schaden von 1000 und dann würde ich sagen, machen wir das so lange weiter. Also es gibt auf jeden Fall eine schallgedämpfte Havok-Sturmgewehr und so weiter, Leute. Dann würde ich sagen, wir sind es gleich wieder, wenn wir die erste Phase auch abgeschlossen haben. So Leute, ihr seht, wir haben die erste Phase auch abgeschlossen. So und die zweite Phase und zwar Legedissanz unter dem Einfluss von Schubsaft. Zurück 1000 Meter, 24.000 XP. Ja, ich habe hier ein Schubpack. Es gibt auch normale, so einzelne, die könnt ihr auch benutzen. Also was ihr machen müsst, ihr müsst einfach die trinken oder auch benutzen, da seid ihr unter dem Einfluss von Schubsaft. Ihr seht unten, ich kann unendlich mal rennen, also die ganze Zeit durchgehend rennen, ohne einmal abzubrechen. Und ihr seht oben, wir haben schon 67 von 1000 Meter und das Ganze machen wir so lange, bis die 1000 Meter erreicht haben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So Leute, uns sind noch 30 Meter. So und wir machen das mal. Und zack, ihr seht, somit haben wir den zweiten Auftrag noch abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Und dann würde ich sagen, kehren wir zurück zur Lobby. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, abonniert gerne meinen Kanal, das ist relativ, dass ich keine Videos mehr verpasse. Dann würde ich sagen, war schon mit dem Video und schau, wir treffen uns das nächste Mal, Leute. Tschüss, tschüss.